Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich euch einfach mal frohe Weihnachten wünschen. Ja, ich habe es schon auf Twitter glaube ich gemacht, frohe Weihnachten euch allen mal zu wünschen. Ich habe es nur leider ein bisschen verpennt an Heiligt Abend, das Video hier hochzuladen, weil ich halt übelst viel Stress davor hatte und erkältet war und sowas. Ich bin immer noch erkältet, man hört es ja sicherlich noch ein bisschen. Ich weiß nicht was da los ist, aber ich werde hoffentlich irgendwann bald wieder gesund, aber naja, das soll jetzt nicht hier so wichtig sein. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall allen frohe Weihnachten und es ist jetzt ein bisschen spät, vielleicht am ersten Weihnachtstag. Die meisten hatten ja gewiss schon Bescherung. Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben, was ihr alles so zu Weihnachten bekommen habt. Also ich habe mir ja bekanntlich fast gar nichts gewünscht. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie schon alles deswegen. Aber ich habe trotzdem was bekommen. Also nur Geld, aber immerhin etwas. Ja, und mit Geld kann man sich halt auch immer alles holen. Das ist ja die Sache. Deswegen alles safe eigentlich. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt oder was ihr bekommen werdet noch. Die meisten haben es wahrscheinlich dann schon bekommen. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir am 1. und 2. Weihnachten dann mit der ganzen Familie dann feiern. Das heißt, da kriegt man natürlich dann auch nochmal was. Da könnt ihr ja mal schreiben, was ihr vielleicht von denen bekommen könntet oder was ihr bekommt, falls ihr das Video jetzt später anseht. Jedenfalls, ich werde heute auf jeden Fall dann auch mit der anderen Familie dann auch schön Weihnachten feiern und dann, ja, werde ich heute ziemlich viel fressen, glaube ich. Ja, ist immer ein ziemlich großes Gefresse an Weihnachten. Also bei uns ist das zumindest so. Ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, ist das bei euch auch so, dass übelst viel gefressen wird. Ja, das würde mich mal interessieren. Also ich habe gestern schon wieder übelst gegessen. Also, man, man, man. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten noch, ein schönes Restjahr und einen guten Rutsch. Aber ihr werdet noch mehr erfahren. Jedenfalls, ich bin hier in der schönen Gormellobby und es ist wirklich schön hier. Ihr könnt auf jeden Fall hier auch mal vorbeischauen. Also ich bin sogar gerade mal wieder auf den Server gekommen und das um eine Uhrzeit. Ah, da fragt man sich, kommt man hier wirklich drauf? Aber, naja, ich bin drauf und es stand 12.000 werden schon drauf. Aber man, man kann trotzdem noch drauf kommen. Also versucht es einfach mal immer wieder. Dann kann man wirklich auch mal mit Glück hier reinkommen. Ja, habt noch auf jeden Fall schöne Weihnachten und wir sind es dann einfach im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüss.